Ist bereit? Jetzt. Wir antworten hier alles, was uns vor die Linse kommt. Wie feiert ihr Silvester am liebsten? Mit Freunden oder mit der Familie? Es ist übrigens Silvester. Die Zeit ist extrem schnell vergangen. Wir haben einfach so eine Sehnsucht. Wir sitzen hier immer noch. Bei mir ist es eigentlich mit Freunden. Dann doch mit Freunden immer eigentlich. Den Partys in Salzburg hast du gesagt, ne? Wie bitte? Hm? Was? Ich hoffe, dass ich da keine exklusive Meinung habe. Einmal dann bei uns oder dann bei den anderen einfach erklärt machen. Das hat gar nichts mit der Familie zu tun, aber gerade nach der Weihnachtszeit ist man dann auch nicht froh, wieder weg zu sein, aber auf jeden Fall bereit, mit Freunden die nächsten Feiertage zu verbringen. Bei mir ist es so, dass ich immer mit meinem Bruder zusammenfeiere. Und dann meistens mit den engsten Freunden. Hast du mir auch erzählt von den Partys in Salzburg? Ach so, Wahnsinn. Ja. Partys in Salzburg. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel mit Phil gefeiert. In meinem Alter jetzt mit Familie ist natürlich die Zeit mit der Familie am schönsten. Und dort halt gemütlich zusammensitzen, aber spielen, ein bisschen was trinken und dann eben das Neujahr feiern. Aber auch alles ganz entspannt. Von daher freue ich mich da auf die Zeit mit der Familie, mit meiner eigenen Familie. Du bist zwar auch Familie, aber wir können uns dann auch erst am zweiten sehen. Vielleicht dachte ich dann, dass ich keine Familie habe. Dieses Jahr auch. Dieses Jahr werden wir auch feiern. Genau. Doppelpack. Ja, bei mir ist es auch so, dass Silvester eher mit Freunden gefeiert wird. Letztes Jahr war es ja sogar so, dass wir dann schon hier wieder zum Training waren. Früher Familie, jetzt mehr Freunde. Jetzt werden wir uns wieder schön machen dieses Jahr. Ist ein bisschen mehr los als mit der Familie. Ja, aber du bist mir denn ja zu alt auch an Silvester und mit dir zum Schwimmen. Ja. So. Jetzt ist auch bald Neujahr an. Mach schnell, komm. Habt ihr ein traditionelles Silvestergericht, was ihr jedes Jahr isst? Raclette. Raclette kann es schon geben. Fondue, Raclette, Fondue. Raclette? Ja, bei mir ist es eigentlich Raclette. Das sind zwei verschiedene Sachen, oder? Fondue ist was anderes, oder? Ja, die zu was auch. Die isst du beide? Ja, würde ich sagen abwechselnd. Wir haben Raclette gemacht zusammen. Neben Fondue und Raclette auch Hotdogs als Silvestergericht. Haben uns da wirklich mit der Schürze in die Küche gestellt und haben da wirklich alles gegeben, was ging. Anfang des Abends oft zu untraditionell. Drei Stunden geschnibbelt. Ja. Alles vorbereitet für die Gäste. Ja, bei mir ist es eigentlich Raclette. Was isst du? Suppe. Dann kamen die. Zu dem gedeckten Tisch, ne? Dann waren wir wieder da, ne? Aber wir sind ja auch selbstlos, wie wir sind. Haben wir es gerne gemacht. Nehmt ihr euch gute Vorsätze für das neue Jahr? Ja. Boah. Ja, ich versuche mir immer Ziele zu stecken. Aber unabhängig jetzt davon, ob das neue Jahr beginnt oder ob es irgendwann anders ist. Das ist auch schön an Silvester oder an den Tagen nach Weihnachten, dass man das Jahr nochmal Revue passieren lässt. Das sagt so was gut, was schlecht gelaufen ist, was man sich nächstes Jahr vielleicht auch vornimmt. So jetzt seit drei, vier Jahren mache ich es eigentlich gar nicht mehr. Natürlich nehme ich immer gute Vorsätze für das neue Jahr. Ich werde es sicher auch wieder machen. Äh, nein. Ich habe schon gesagt, ich denke, so ein bisschen reflektiert man das Jahr auf jeden Fall. Seitdem gibt es halt Silvester und ein neues Jahr, aber ich mache das gleiche wie vorher. Ich glaube, dass das sowieso mehr Sinn macht, sich grundsätzlich Vorsätze zu nehmen und das nicht von einem Jahreswechsel abhängig zu machen. Ich halte jetzt auch nicht viel davon, dass man sich über Silvester dann ausgerechnet irgendwas so vornimmt. Ich bin aber auch da deiner Meinung. Man sollte sich in jeder Situation irgendwie hinterfragen oder halt versuchen zu verbessern. Ich schaue da kurz mal so vor, finde ich so, was könnte das sein, was sind kurz die Ziele so grundsätzlich. Aber so richtig Vorsätze kann man sich zwar machen, aber ob es am dritten und vierten heute noch die gleichen Vorsätze sind. Was wäre denn ein guter Vorsatz für das neue Jahr, wenn man jetzt spontan antworten müsste? Das ist eine gute Frage. Ja, fahr doch mal raus. Ja, zum Beispiel der Sommerurlaub, dass wir zusammen da den verbringen. Das ist ein Vorsatz. Das ist ein Vorsatz, ja. Das ist ja nicht so leicht bei dir durchzubringen. Gibt es bei euch einen Neujahrsbrauch oder wie sieht sonst bei euch der Neujahrstag aus? Ach, es soll einfach Spaß machen mit den Liebsten. Wie gesagt, meistens bin ich ja mit Freunden unterwegs am Silvester und dann muss ich halt am nächsten Tag ein bisschen mehr schlafen als sonst. Nee, bei mir nicht. Meistens ist das ja immer ein bisschen später geworden und tatsächlich jetzt die letzten Jahre haben wir immer am zweiten, teilweise auch am ersten schon angefangen zu trainieren. Also am nächsten Tag natürlich direkt Sport und alles. Ja, ja, am nächsten Tag morgens Joggen halt. Wie gesagt, kommt drauf an noch, wie es mit dem Training aussieht, ob da schon wieder Training ist. Dieses Jahr könnte es auch der Anreisetag sein. Krafttraining viel. Ja, ja, auf jeden Fall. Meistens ist das eher ein entspannter Tag, wo nicht allzu viel Action ist. Und dann noch die eine andere Videoanalyse, ne? Ja. Ja, es ist einfach ein ganz gemütlicher Tag, um einfach halt auch gemütlich ins neue Jahr zu starten. Videoanalyse meistens am zweiten Tag dann direkt. Ja, ich mache es immer direkt, damit habe ich hinter mir. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat das genauso gut gefallen wie uns. Es hat Spaß gemacht. Es hat extrem Spaß gemacht. Mir ist tierisch heiß hier an dem tollen Holstein Strickpulli. Das ist hier, wenn wir ein bisschen Schleichwerbung machen. Sehr angenehm, sehr, sehr warm. Und ich fühle, was übrigens am Ohr hängt. Ja, machen wir direkt. Hab ich dir da hingefummelt. Hast du gar nicht gemerkt, oder? Nein, nein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020